Hier wird eine ca. 6.375 Quadratmeter große Bürofläche zermiete angeboten. Sie befindet sich in Köln. Das Haus wurde 1977 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug, eine nahegelegene Kantine und eine eingebaute Küche. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 8,95 Euro pro Quadratmeter. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017